Nach meiner letzten Balkon-Mahlsession haben mich einige von euch zurecht gefragt, was das für eine Situation auf meinem Balkon ist. Ich habe mich dem Problem also gestellt und hochqualitative Pflanzen bei Rewe gekauft. Eintopfen hat überraschend gut funktioniert. Okay, ganz ehrlich, was denkt ihr, wie lange werden die Pflanzen bei mir überleben?